Sucht die Quelle des Giftes. Findet den, der diesen Hain zerstört. Eilt euch! Seid unbesorgt, Geist der Bäume. Ich werde das Gift und seinen Urheber aus eurem Hain fortschaffen. Ihr sollt leben. Und dann ist dieser maskierte Lügner an der Reihe. Folgt mir! Ja. Damit haben wir... ...der Auftrag des Maskierten. Nee. Durchbruch nach Empyria. Ja, die letzte der Triaden. Und im Schatten des Phönix haben wir auch einen Fortschritt. Sucht den Empyria nach der Triade und tötet sie dann. Dann wird der Maskierte euch gegen das Schwert helfen. Ja. Leider eine Lüge. Hat sie uns noch was gerade zu sagen? Oder muss das warten? Findet den Giftmischer, der das Wasser... Ja. Sie sagt nur, findet den Giftmischer. Ja, vorwärts! Schnell! Dann reden wir mit der Nymphe, die uns hoffentlich immer noch Unterstützung anbietet. Damit wir uns hier weiter vorkämpfen können. Also die ganzen Laura weg. Die Spinnen nachher oben weg. Das war kein Level-Up, nein. Ein Mensch hat die Herrin euch geschickt. Ich suche nach dem Übel, das diesen Garten verdirbt. So wie ich und meine Schwestern. Doch wir wurden oben bei dem Monument von Spinnenwesen angegriffen. Wo sind eure Schwestern? Ich weiß es nicht. Wir wurden voneinander getrennt. Aber es gibt hier einige Höhlen. Ich glaube, sie halten sich dort versteckt. Dann lasst uns nach ihnen suchen. Wir können jede Hilfe brauchen. Ja. Ich denke, sie werden uns folgen, wenn sie noch am Leben sind. Wir müssen den Haien von diesem Gift und den Spinnen befreien. Kommt! Ja. Sie schließt sich uns an. Das ist gut. Dann soll sie uns auch folgen. Das ist am besten wahrscheinlich. Bringen wir es zu Ende. Das ist die Frage. Sie sieht aus wie eine Druid. Den hat sie auch Heizsauber. Darauf habe ich das letzte Mal nie geachtet. Bereit und los für die Rune. Nee, sie ist eine Schwertkämpferin. Zurück mit euch. Ja, und wir haben jetzt auch die Quest. Nein, das ist hier. Haltet Ausschau nach den Nymphen. Die Nymphen, welche die Tyriade ausgeschickt hat, sind von den Spinnenwesen angegriffen und auseinandergetrieben worden. Sucht nach ihnen. Sie können euch bei der Rettung des Feindes unterstützen. Findet euch zerstört, als Nes der Spinnen. Das Nes der Böse hat ihn gespielt, die sich im Garten ausbreiten und scheint der Quelle süß zu sein. Die müssen es finden und zerstören. Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen! So, der hat unsere erste Haut, die wir brauchen. Hier ist niemand zu Hause. Außer wir müssen noch den Schlammlaucher besiegen. Feindlicher Angriff! Keiner sagt, dass es dieses Mal andere Höhlen sind, als das letzte Mal. Weil ich erinnere mich dran, beim letzten Mal, dass hier was... Also hier Nymphen rausgekommen sind. Kämpft! Ich kann mich noch nicht erinnern, ob er auch den Laucher besiegen muss. Alle Laucher hier besiegen muss. Nehmt uns mit, Runenkrieger! Wir werden helfen! Okay, doch. Gut. Auf mein Kommando! Dann haben wir jetzt schon mal... Oh, Myrmidon. Nicht schlecht. Zwergenstallbeinling auch nicht schlecht. Machen wir etwas langsamer, aber trotzdem praktisch. Und ja, wir müssen wie immer das da oben erreichen. Zeit zu sterben! Kämpft! So, werfen wir mal unseren Kriegsschrei an. Dann geht das schneller. Verstärkt die Deckung! So, noch eine. Zeug mir! Noch eine von den Häuten. Vorwärts! So ein Panzer. Zum Angreif! Schließ die Reihen! Oh, da kommt einiges dieses Maurens. Zwar, aber die da waren es. Ach, schließ die Reihen! Halte durch, Männer! Also im Vergleich zu den anderen. Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Okay, die Schlammlaucher sind scheinbar feuerfest. Schließ die Reihen! Auf mein Kommando! Fremdklegen! Wir helfen euch! Folgt mir! So, noch mehr Nymphen. Die Folgen. Hier! Sofort! Ja, aus dem Karten teilen. Mir nach! Oh, und da oben ist auch wieder ein Blutbaum. So, jetzt habe ich eine kleine Nymphenarmee. Drei Fernkämpferinnen, das ist auch schon mal praktisch. Weil ja, Fernkampf ist in den Spell-Force-Spielen allgemein ziemlich stark, weil es halt so gesehen kein Schere-Stein-Papier-Prinzip geht. Sondern einfach das Prinzip, wenn ein Fernkämpfer im Nahkampf ist, dann kann er keinen Fernkampf machen. Also wenn man die Nahkämpfer gut von dem Fernkämpfer fernhält, sind die übelstens unschlagbar. Schnell! Mir nach! Weil es gibt ja auch keine Kavallerie oder sowas in 12-Foss-1, was schnell an die Nahkämpfer ankommt. Kämpft! Verstärkt die Deckung! Auf mein Kommando! Und los! Mir nach! Und los! Folgt mir! Sofort! Und los! Nein, es gibt auf jeden Fall noch Nymphen irgendwo. Zur Ehre Aronius! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Rende! Blutbaum! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Auf mein Kommando! Und los! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Folgt mir! So, das ist das zweite Monument. Auf mein Zeichen! Haltet durch, Männer! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Aber nein, sieht irgendwie nicht so aus, außer es gibt noch irgendwo. Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Was wünscht ihr ohne? Feindlicher Angriff! Zu Befehl! Schickt sie zum Seelenfluss! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Auf mein Zeichen! Vorwärts! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Ja! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Auf mein Kommando! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! Auf mein Zeichen! Oh, Eisnolzschel! Schlappt sie zurück! Schließt sie überall! Sie sind überall! Ja! Vorwärts! Wow! Das muss man sagen, hat dann doch wegetan. Auf mein Zeichen! Auf mein Kommando! So! Und los! Gut, dann geht's jetzt weiter. Vorwärts! Schnell! Ach ja, da wir jetzt das Monument haben, können wir das freigeben. Bringt nämlich nicht viel, zwei Monumente zu haben. Vor allem, wenn sie so weit auseinander liegen und es eh keine... Willst du mich veralbern? Achtung! Achtung! Also, dass ich das eine freigegeben habe... Also, dass ich das eine freigegeben habe... Sind alle meine Heroes gestorben? Also, dass ich das nicht... Storben? Feindlicher Angriff! Für euren Diensten! Halte Sturz, Männer! Verstanden! Alles klar! Zu Befehl! So, jetzt brennen wir mal die Spille weg! Runenkrieger! Lasst uns gemeinsam kämpfen! Gut, damit sollten wir auch alle... Auf meinem Befehl! ...sollten wir Nymphen jetzt haben. Auf meinem Zeichen! Sofort! Sieben an der Zahl! Mir nach! Äh, Speipflanze! Vorwärts! In die Schlacht! Schließt die Reihen! Haltet durch, Männer! Schlagt sie zurück! Bereits! Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Vorsicht! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Na gut, gegen die hilft eher Todesmagie dann. Feindlicher Angriff! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Stirb! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Zurück mit euch! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Haltet durch, Männer! So, jetzt macht das da weg. Schlagt sie zurück! Wenn ich den Seenfeld aktiviere, hier ist sonst nichts mehr. Sie sind überall! Schließt die Reihen! Feindlicher Angriff! Hier! Verstärkt die Deckung! Schnell!